DJ KICK Wir spielen jetzt eine Runde Survival Games Achter! Und im Team ist so eine neue YouTuber Nämlich SoFame in Microsoft Oh nein, ich hab den Start verfasst Ich hab nix Oh scheiße, ja komm folg mir mal Wir wollten grad ne Runde aufnehmen, weil wir oft so lange gewonnen haben grad ganz viele SoFame zumindest hat die ganze Zeit gewonnen Nicht ich Und jetzt haben wir gar keine Sachen Okay, da vorne sind welche mit Schwert, ich hab Angst Scheiße, ich hab kein Schwert Wir lassen das jetzt verlieren, ne? Boah, ne Du hast gesagt, wir gewinnen das easy und wir verlieren das dann auch so hoch Na komm, das schaffen wir Ja genau, zuverlässig sein Das schaffen wir, Leute Man, ich hab immer noch kein Schwert, Ban Ich auch nicht Hast du halt Ban gesagt? Ban Ich geh mal auf Kistenjagd Ich geh mal auf Kistenjagd Ja, sinnvoll Ich geh auch mal auf Kistenjagd Ich geh auch mal auf Kistenjagd Oh, ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja Bist du gut Okay, ja, ich hab ein Schwert Ich hab ein Schwert Für mich auch? Nö Dankeschön Ich hab ein Schwert Ich hab ein Schwert Ich hab ein Schwert Soziale heute mal wieder Das sind welche? Zwei Stück Ich hab ein Schwert Ich hab ein Schwert Ich hab ein Schwert Ich kann immer noch deinen YouTube-Namen aussprechen Kann ich irgendwie nicht Fame Fame Ach, wieso sag ich immer Fame? Weil ich Fame bin, ich weiß Du weißt das FamePvP heißt bestimmt, ne? Nein, Spaß FamePvP FamePvP? Ja Okay FamePvP Könnt gerne mal bei mir vorbeischauen, falls ihr gute Videos sehen wollt Da könnt ihr aber wirklich mal machen Also der macht wirklich sehr gute Videos Hab ich auch unter seinem Kanal geschrieben Unter seinem Video Und wo sind die welche? Die wir abstammen können Oh, 1 gegen 1 Lass das später fair machen 1 gegen 1 dann später machen Ja, aber Ist ja eh gleich der Henn ist ja Oh Henn ist ja Oh Gott, der könnte mich raken Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich verstehe nicht, Mann Jum aufm Berg Du siehst die immer tausendmal früher als ich Echt Das Adler auch Der kommt, der kommt, der kommt Wo ist er denn? Da Ich möchte auch mal einen Kill kriegen Aber du stoppst sowieso ganz kurz Easy Easy! Echt, Spaß Das ist ja so easy gewesen Lass mal, würde ich sagen Wir machen jetzt mal fair gleich, oder? Fair? Ja, wir sind eigentlich Boah, ich hab einen Jammenschau Von OP Ich bin OP jetzt Ich hab jetzt genau das gleiche Rüstung Also von den Rüstungspunkten her Ich glaub ich hab jetzt Ich hab jetzt vier Ja, ich auch Okay Sollen wir dann mit Boah, kein Schwer Das brauch ich Oh Scheiße Hast du ne Angel? Nein Ich hab wieso nicht mit Angel spielen Das ist sowieso Regenwissen Soll ich dann äh solidarisch ohne Angel spielen? Mach das nur meins Mir wärs egal, mir wärs egal Ich欲st mich so oder so Und ja Und daher Na gut Wollen die ganze Zeit sind wir Es ist immer einer gestorben Meistens du Was ist das? Es schaffts Erste Aufnahme versucht direk, geile Runde Jööö Mit dir können ich ruhig öfter aufnemen Leute, wenn ihr salut wollt Könnt mal auf endlich mal Ja Bei am开d Richtig, oder? ich hoffe automatisch erkenne ich das ist ein bug jetzt geht es weiter geht los ja ich muss mal angreifen alle mit den scheiß angel ich lege gerade rotzbimm 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 wenn du wüsstest wie viele herzen ich hätte das waren zwei auf jeden fall gg sollen wir noch eine runde hinter einem oder überhaupt nicht gleich noch mal auf ein neuer noch eine ja ich würde sagen also die kurz und knackig ist am besten finde ich wenn es euch gefallen hat lasst den positiven auf jeden fall mal bei ihnen vorbei link in den ersten link in der video beschreibung er macht echt gute videos willst du mal zum abschluss noch was sagen was schönes ja ich finde du hast es ganz gut zusammengefasst ich mache einfach richtig gute videos und deswegen könnt ihr mal wie fame geil ist immer fame geil haut rein und schau